Es ist dem Feind belungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steinders wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jäger, Krebs oder Buchdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen! Der Minister hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sondern hier ist es! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nichts als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmisch des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zunge gebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmaleraktion im Luppe hielt! Es hat mich gegen nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Nichts ist hat der Kulte an der Tarn!